Ah, hoi liebe Leute! Herzlich Willkommen zu einer Runde TTT! Ja, wer ist denn dabei alles? Das bin ich, Talion, Wolferful, Marcia, Katkun, Wadi und Döner! Jo, wir spielen ein bisschen TTT und dann geht's dann auch gleich los und auf einen Kampf! Warte, ich muss doch mein Aufnahmeprogramm starten! Ja, dann mach Druck! Stöhne ich also im Hintergrund, welche Sau! Nein, das ist, das ist Eiswelt, Eis meint ich! Also, ich fang jetzt an! Leck die Börcher auch! Ich bin ja immer noch am Leck! Ich bin ja immer noch am Leck! 3, 2, 1... Boah, bock! Du musst warten, bis da alles zuhause ist! So, Alter, so raus! Außer Madeleine! Vielen Dank, Philipp! Ich bin schon dabei! 43 von 62! Du schaffst das! Ich schaff das! Ich leid ewig! Boah, ganz uhr! Das war's denn, ne! Die Version von der Leck hast du wirklich geil ausgesucht! Muss ich sagen! Danke! Ich nehme um 10! Äh, mir ver- Warte, du hast- ich hab' gesagt, du sollst immer mit Props nehmen, wo man sein kann! Wo man sein kann! Ich bin bei Iceman. Richtige, richtige Weihnachtsstimmung nach Weihnachten. Ja, ist ein bisschen... Richtig gut, eigentlich. Bisschen spät. Wir haben doch heute noch eine Sonne. Es ist zu spät, könnt ihr mir ein strafftes Leben, Döner. Merkt ihr das? Es ist nie zu spät, dann sind wir für jeden... Volvo? Ich bin bei Volvo? Ja. Was ist? Buddy! Hast du Angst? Hast du Angst, Potter? Ich hacke deinen Kopf ab und sitze auf dem Schneemann. Oh, das klingt gut toll. Der Stein hat die Ehre, Kopf im Schneemann zu sein. Marzia. Nein, das hält nicht. Buddy, ich helfe mal. Halt dies einfach so und mache einen Screenshot. Ist irgendwo eine Leiche? So, Screenshot, Thumbnail. Irgendwo eine Leiche? Ja. Äh, hat die auch damals eigentlich nur begonnen oder nicht? Ja, aber wir schauen. Bist du des Reis? Ja, hier ist jemand! Im Fahrstuhl ist... War eine Kargebegrößt. Bist du behindert? Hä, im Fahrstuhl war ich mit was? Hä, beim Fahrstuhl? Da ist niemand. WTF? WTF? Aua! Hä? Ich hab immer noch gedacht auf Marzia, aber... Marzia! 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 WTF? Irgendjemand schießt da grad auf mich. Irgendjemand hat da grad auf mich geschossen. Döner hat ne Galil und Eizner hat ne Galil gekickst. Ja, ich hab ihn noch getötet, aber der hat in den Vorstellungen da er geschossen. Und da wo er erinnert? Ja, ja. Ja, ja. Ja, das ist so! Ey! Döner hat zugegeben, dass er ihn getötet hat. Hedkun schießt doch nicht. Ich hab gar nicht. Wie geil, das haben wir noch mal... Wieso? BUDDY! Zuck, zuck! Ah! Scheiße! Döner schießt einfach mal alle in uns. Wenn mich alle abschießen! Ich hab nicht mal einen Schuss abgegeben, die ganze Runde. Dann sagt er, wenn die ist smart, dass er das Geist war! Wenn mir aberIN bedenen th时, dass ich k puntumavate... Das kann im Fen拜拜 mehration. Darum darfst, Getys? Säklar! 4. Pf稱 noch nie. Thus Dos uncas... donnéеня Thyre aus ist. Und jetzt koher habe ich摆�ul. Die Ja, alle schweigen, alle. Da rein, hier wird auf Storz. Einer schweigt, nein, wenn kann... Oh, Mann, der ist da. Wenn alles schweigt und einer springt, dann lässt man die nicht so unterdrehen. Springt? Wenn alles schweigt und einer spricht, dann ist die Zustände nicht mehr unterdrehen. Wow. Oh mein Gott. Hä? Wo kamst du her? Morse, wie schlecht war denn das für wieder? Learn to play? Irgendwas ist mein Game-Mod allgemein kaputt. Egal welcher Server. Immer wenn nicht Masse draussen werden wir nicht zusammenziehen. Irgendwas ist doch falsch. Echt mal. Aber Döner, wie gesagt, ich bin behindert Horst für den Moment. Du hättest doch was sagen können, das ist... Hab ich doch. Hast du gesehen, wie ich angeschossen wurde aus dem Vorstuhl? Ich hab nur gesehen, wie du in den Vorstuhl reingeschossen hast. Mehr hab ich nicht gesehen. Das ist keine Behinderung, ey. Oh, Vorstuhl ist das Geist. Peng, puff. Das hab ich nicht gehört. Ich muss dir nicht zuhören, Döner. Das wär so geil. Ich bin einfach mit einem Schatz ganz durch raufgestossen und einfach Döner alle gefiltert. Oh, Talion leckt. Tötet ihn. Wenn Döner T ist, dann tun wir doch auch keinen töten. Ja, dann treff ich dich immer eben. Weil bin ich wie ich immer bin und töte ich alle. Ich bin das quasi. Alter mein Karma. Marsia, Marsia! Gibt's ja eigentlich 3 T's. Gibt's 3 T's oder 2? 2. 3 wären cool. Ne, 3 sind zu viel. Mali, hör auf mit dem Scheiß. Du hast mich einmal getroffen, also treff ich dich auch einmal. Okay, das war ein Headshot. Behindert? Hast du den Dete gerade erschossen? Hast den Dete erschossen? Wir haben mich angeschossen. Wir haben alle gesehen. Oh Gott, schießt einfach über den Headshot. Ich wollte ihn eigentlich nur anschießen. Ich muss nicht eigentlich über den Headshot gehen. Muddle ist auch tot. Ja, sorry, Muddy. Oh, shit. Also warte jetzt. Ich bin zwar Inno, aber ihr dürft mich durchtöten. Aua, Aua! Ey, ey, sie ist hier mal kurz fertig rum. Dann ist es, dann ist es, äh, Marsia, Catspin oder Talion. Da im Haus! Da im Haus! Äh, also, dann kann ich Talion ins Kinn rein theoretisch stellen. Ich weiß nicht, als wann. Dann werden Menschen lernen an Türen zu kloppen. Dann! Ja! Hinter dir! Oh ja, das ist das Geist. Ist er jetzt tot oder Deathwick? Ich weiß es nicht. Aua! Ja, wo ist denn? Marsia ist immer noch Deathwanger. Das ist doch scheiße, ja. Oh, ein Schein. Ein Glas da noch. Und Talion. Captain oder Talion. Ich schätze mal, er Talion. Captain wird jetzt selber gerade kürzen. Ich bin gerade hinter dem. Gerade Marsia. Wo seid ihr? Also, draufgeschossen. Wo seid ihr? Hat man irgendwas über Tesco gehört? Hallo, wo seid ihr? Ja. Hast du denn? Geht dich doch nichts anreißen. Was habt ihr? Äh. Habt ihr von mir vorne irgendwas über Tesco gehört? Hören sollt ihr das? Ja. Ja. Was? Och. Aua! Läuft einer? Ich werde das jetzt wissen. Was hat das gehört? Was war mit dir da? Ich bin ein bisschen ignoriert. Marsia hat nicht gehört. Ich bin noch nicht tot. Ich sehe nicht durch. Talion, okay. Ich weiß nicht, wo wir unsichtbar sind, wo nicht. Und ich muss dich jetzt auch töten, Iceman. Nein, der Talion ist immer noch T. Hm, deswegen ist er auch tot. Hehehe. Hab ich wahrscheinlich... Nee, nee, siehste. Siehste, Kollege. Siehste, du... Ich sehe gar nicht. Dann ist er deswegen verwirrt mich so. Hallo, könnt ihr jetzt auch mal... Kann ich mal die Frage beantworten? Man hat nichts gehört. Döner, du lebst noch, oder? Da muss... Da muss nur ich das schneiden, ne? Ja, Döner lebt noch. Das auch nicht. Ach, Marsia. Lass mich alle erstes abfahren. Soll ich ghosten? Nein, darfst du nicht. Das ist mein zweites Opfer. Okay, ich tu nicht ghost nicht getippt. Du läufst ein bisschen sehr falsch. Nein, keine Tipps. Das ist ghosten. Na und, wir sind der Geister. Wuuuuh. Oh shit. Wecker weg. Oh ding. Oh ja. Jetzt sind ein paar neue weg. Da runter, ja. Da runter, ja. Bist du hin? Martin? Immer an, lange du nicht fühlst. Boah, ich geh mal weg und guck nach, was sie von mir wollen. Dass es keinen Grund gibt, an meiner Tür zu klopfen. Okay. Also, schlaft eh. User disconnected from your channel. Was ist das? Wer auch immer jetzt gerade irgendwas eingibt, das hört von extrem. Wie bei dir, Modeno. Bei mir. Oh weia. Was ist das spannend. Du 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 du. was zur juggeräusch. Kannst du είper fliech. Kommen wir über den Entwurf noch. Hast du das glätten? Erot Apple. Alles klar, dann bin ich schon zu zweit. Heilige Scheiße. Alter. Alter, Iceman, so groß sind die Hütte doch wieder nicht. Wo zum Make-up bist du? Ich kann es doch bestimmt auf dem Leuchtturm, ey. Oder der Kanalisation. Kauf dir doch einfach ein Radar. Geht schlecht ohne Credits. Alter, das war so knapp, ey. Ohohoho, nee. Oho, nein, da warst du. Oh, ich krieg Krebs. Stopp deinen Krebs. Entwurm, mein Ernst. Ich hab dich gesucht. Du warst aber nicht da. Jetzt bin ich jetzt über den Bett gelaufen. Boah, ey. Junge, Junge, Junge. Meine Fresse. Spannend. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Was? Hahahaha Alter, was ist denn? Worte aber auch mal Zeit Alter Schwede Ja, scheiße, was soll ich denn machen? Ich bin wirklich entlanggeraufen Ja, ich dich auch Es gab keinen Ort, wo ich nicht war Ich war auch überall, hab ich gesucht Reim, ich stell mich in den Vorstuhl rein, denk mir Aber im Pferd der Stall ist das Vorstuhl nicht, aber ich gucke hoch, kommt der Vorstuhl runter Oh Gott Ich hätte mich fast selbst getötet Aber ich dachte jetzt entweder Ich hab wieder die Waffen klicken gehört Ja, lass mich wirklich nicht sparen Bist du oben oder unten Oben war wahrscheinlich nicht schon, aber Merk ich auch nicht Junge, Junge, Junge Immer diese Planung Weißhälter Wahnsinn für 07 Ach so, rollen wir es weg, stimmt ja Naja Ja Alter, komm, Alter What the Der Fahrstuhl verängstigt mich ein wenig Hallo Catgoon, hallo Catgoon, hallo Catgoon Hallo Catgoon Können wir nicht eigentlich einfach alle einmal mit einer Pistole anschießen und gucken, wenn eine Weiche fallen ist? Oh mein Gott, wirklich war geil Bin ich behindert? Ja Im Turm wurde irgendwer getötet Ich dachte schon, du stürzt in den Tod, schade Ja Ah je, Buddy, oder wie? Wir haben ja einen Däte Und auch noch so einen Unfähigen, das ist doch gut Der Unfähigste Däte wäre nicht so gehen kann Nee Spaß Auf wen schießt? Wie toll ist Talion Okay Talion Iceman Bist du behindert? Oh ja Rechtester Däte ever Ja Hä? Ja Ich sehe gerade gar nicht mehr durch Der Talion ist tot Dead Ranger Nein Talion Ich stehe da, überleg mir gerade, warte mal, ist der Däte behindert? Gucke auch mal auf dem Tab und werde erschossen Von den Däten Ja Hure Hä? Das habe ich zwar eigentlich kapiert, aber egal Weil du einen Tee getötet hast, der halt einen Deathbringer hatte Da musst du kurz warten, mal 5 Sekunden warten, bis das wieder aufploppt Und dann hast du jemanden erschießen, der neben dir steht und nichts macht War nicht mal Malle, das war ich Hä, auch du hast mich erschossen Ja Ich dachte der Tee hätte mich erschossen Nö Okay Aber wenn ich ganz überhin noch nicht aussah Wollten wir schon bei der Hunde waren Das ist behindert heute Ey Leute, da ist alles beiseite heute Also die Runde ist total irgendwie Daneben Ehm Ja richtig Das ist behindert, einfach nur richtig behindert Ja Na, war die schön im Tee-Shop? Aha Kopfschuss-Game Ja, schon ein bisschen, ey Hatte ich grad vor Natalya Darf ich jetzt eigentlich jemanden mit der Glocke anhitten und gucken, ob die in der Leiche fallen hat? Nein Das wär sauer OP, das wär sauer cool Natürlich, man könnte das machen, aber du machst ja generell jeden Schaden Das ist aber ständig Ja, aber Trotz, wir sind ja nur 4 HP oder so Ja Dafür müssen wir wette Manchmal Lübshaft geschossen, ist auch immer Hälste kratzt, ich hab Tod Ach du macht mir echt Angst Pfff, 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 pfff Pfff, 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 pfff Also Talion oder was? Nicht getroffen. Der wehrt sich nicht. Talion wehrt sich aber nicht. Also irgendjemand hatte grad in meine Richtung geschossen, wo ich aus dem Vorstuhl raus wollte. Okay, Buddy. Buddy ist... Buddy hat... Ah ne, Buddy ist Dete. Nee, wo? Stirb doch mal, bevor der begrenzt, Kollege. Alter. Was packt der denn rum? Okay, Iceman, und wer noch? Talion oder Matel? Bleibt der da wohl noch übrig, oder? Kann ich ja Talion töten. Ja. Was ist ein Talion? Ich weiß es nicht. Der oben auf dem Turm ist einer. Talion ist es, der ist oben im Turm wahrscheinlich, der hat hier einen umgebracht. Okay. 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 Kannst du überhaupt jemanden checkt? Wird jemand noch mal dran? Warte, du bist tot. Schnauze. Schnauze. Hä? Hä? Oh, du hast nicht tot mir reden. Döner. Ja. Willst du vielleicht zu tun? Ja. Ja. Du weißt schon, dass Talion Proven war, wenn er Iceman gekillt hat? Ja. Ja. Und dann war Döner und Matel die einzigen, die da... Maser, du warst trotzdem tot. Schnauze. So, übrigens Döner, ich glaub, ich hab dich aus Versehen angeschossen, weil ich dieses hässliche Fatzen, der sich unten am Fasste abschießen wollte. Was, das verstört mich? RANDOM! 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 Ich hab ja kein Schaden gekriegt. Doch. Ich weiß nicht, wo drin ist. Was verstört mich halt das Gesicht? Was kann ich noch sagen? Du verstörst mich auch, Maser. Denkst du, ich töte dich einfach? Ja. Nee. Du bist doch jedes Mal. Nein, ich hab dich jedes Mal getötet aus Versehen. Ja, 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 ja. Also, im Endeffekt hat dich der Vorstuhl getötet. Weil... Ich hab dich bloß fast totgemacht. Der Vorstuhl hat dich erdrückt. Aber jetzt hat wieder der scheiß Deathwinger gebackt. Wieso gebackt? Weil ich wieder 3000 Mal Rechtsklick spellen musste, bis er sich deaktiviert. Dann hat meine Baffe gebackt. Beziehungsweise hat die gezielen gedrückt, obwohl das gar nicht so gut ist. Ich fahr den Vorstuhl runter! Aha. Er hat noch ein Lower P. Ach nee. Ich bin am Arsch. Crowley Man. Ach, wie mein Pasch, ja. Lass meinen Pasch bekommen. Nein, lass den unten! Lass den unten! Nein, lass den kommen! Auf jeden Fall! Block mal die Tür oben! Auf jeden Fall der Vorstuhl hat sich Pasch bekommen lassen. Ah, ja! Ich lebe! Ich lebe! Nein! Ihr seid so schlecht! Warum wollt ihr mich umbringen? Weiß nicht. Vielleicht wollt ihr ein Döner... Das Game... Unter dem Fahrstuhl ist ein Game. What the fuck? Ähm, okay. Habt ihr euch das mal angeguckt? User joined your channel. Buddy. Buddy ist bei mir. Buddy ist verdächtig. Buddy, 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 Buddy. Ich bin fast tot. User left your channel. Okay. Oh. Peace. Geht mal unter den Fahrstuhl und guckt euch mal den Fahrstuhl von unten an. Pfff. 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 Buddy, und Madel, diephy. Madel hat doch Döner getötet. Scheissdrecker wieder. O absolutely. Nein, du bist überhindert. Du dummer Döner. Mane. Mane. Ja, Madel, du warst der noch der unten hier unten war. Boyer, Buddy, Buddy ist oben. No, wo ist es? Bady und Madeline bin ich gesagt. Wir wollen uns schießen. Ja genau ich bin es. Was? igjar. Mane geht mich doch. Madel, Madel ist hier. Hilf mir mal. Wo bist Du ein, Iceman? Bally, ich hab schon vorregあ dareserinnen mal. Ich bin in meine chocolatese. Madel ist Turm okay wenn ich sterbe und Indoor bin, dann ist es Eismann ja okay, meinetwegen Hab Buddy gib's auf, ich weiß nicht mehr wer ist Ach, Buddy war doch Tee Ah, ich hab Buddy Wieso wär mit zwei Dritte Tee's angezeigt? Hä? Ach, da waren drei Tee's oder was? Hä, Teile am Wesen Wer ist denn Teile? Marzia lebt wieder Ach so was. Ach so, dann war's ein Dev Mahnn Boah was war das denn alter Mahnn Der odercasねぇ ihr die Aufnahmen dabei haben Bis zum nächsten Mal Ciao So Leute, das wars für heute und ich hoffe euch hat die rotationschein und bis zum nächsten Mal Tschschschschschschschschschschschsch